Hallo zu einer neuen Ausgabe NETCologne FCTV StarTalk. Wir haben die Location gewechselt, wir sind in der Halle am Geisburgheim heute, werden hier auch gleich noch sportlich aktiv und dann gibt es auch Tickets zu gewinnen. Dazu später mehr. Ich habe heute nicht nur einen Gast, sondern ich habe heute zwei Gäste und zwar zwei FC-Profis, die durchaus etliche Gemeinsamkeiten haben. Sie spielen beide in der U20-Nationalmannschaft und sind beide in dieser Saison frisch im Profikader des 1. FC Köln. Ich begrüße Maxi Thiel und Janik Gerhardt. Ich komme jetzt gerade aus dem Training, also quasi von nebenan aus der Kabine. Maxi, du hast ja gerade die Tage die Weißerzähne rausbekommen. Kannst du wieder ganz normal mittrainieren? Ja genau, also ich bin jetzt seit gestern wieder im Mannschaftstraining dabei und ja, das macht mir natürlich Spaß. Ich musste leider übers Wochenende aussetzen. Ja, die Schwellung war ein bisschen groß. Das ist natürlich klar bei den Weißerzähnen. Auf der rechten Seite habe ich zwei rausbekommen und ja, ich bin jetzt eben froh, wieder im Team zu sein und wieder fit zu sein. Aber man sieht jetzt ja so gar nichts mehr. Ja, die Schwellung war relativ klein, von daher bin ich froh, dass es jetzt weniger Schmerzen waren. Und die anderen beiden Zähne? Die anderen beiden Zähne sind vollkommen in Ordnung und ich hoffe natürlich, dass die nicht raus müssen, aber mal sehen, wie sie sich entwickeln. Okay. Yannick, wie sieht es bei dir aus mit den Weißerzähnen? Hast du sie noch? Ja, ich habe noch alle und bin auch froh darüber, wenn ich immer mitbekomme, was alle da für Schmerzen haben. Ja, tut weh. Hoffe ich auch, dass ich da verschont bleibe. Okay, aber ist jetzt auch irgendwie, dass da jetzt nix irgendwie... Ja, also bisher nicht. Wir haben schon, ich habe es eben schon kurz erwähnt, es gibt etliche Gemeinsamkeiten, unter anderem seid ihr jetzt im Moment auch mit der U20-Nationalmannschaft gemeinsam unterwegs. Ist das dann auch so, dass ihr dann so ein bisschen das Duo vom 1. FC Köln seid, also dass ihr auch zusammen da auftretet? Auf jeden Fall. Also wenn man eh im gleichen Verein spielt, ist es klar, dass man dann in der Nationalmannschaft auch mehr Zeit verbringt als mit anderen, sag ich mal. Und von daher bin ich auch froh, dass der Maxi jetzt zum ersten Mal bei der Nationalmannschaft dabei war und ich denke, das war auf jeden Fall eine gelungene Sache. Dann seid ihr ja auch beide Linksfüße. Wir werden ja hier gleich auch noch ein bisschen spielen. Da habe ich schon überlegt, ob ich euch vielleicht mit rechts schießen lasse. Einverstanden? Ja, also ich bin eher für den linken Fuß natürlich. Aber wie gesagt, das werden die Spielregeln entscheiden natürlich. Ich bin jetzt auch nicht rechts wie links, von daher können wir ruhig mit dem starken Fuß spielen. Okay, bleiben wir eher bei links. Ist ja schon so, dass ihr hier beim 1. FC Köln in große Fußstapfen tretet, was den Linksfuß angeht mit Lukas Podolski. Auf jeden Fall. Das sagt uns was. Maxi, du hast da ja auch schon mal neulich so einen Vergleich gehört. Ja, es war beim Spiel gegen Trier, beim Freistoßtor natürlich, wenn dann so einer mal reingeht, sind die Medien gleich da und machen etliche Vergleiche mit dem großen Lukas Podolski. Aber für mich ist das natürlich eine große Ehre. Aber man darf das natürlich auch nicht zu groß jetzt werten. Das ist natürlich eine schöne Sache. Aber man weiß natürlich, wo wir sind und da gibt es überhaupt keinen Grund, bei so einer Kultfigur sich hier irgendwie etwas einzubilden. Das war dein erstes Tor dann jetzt hier auch für den 1. FC Köln im Pokal in Trier. Du hast auch schon ein Tor geschossen für den 1. FC Köln gegen Aue. Da war dann, das war schon so ein besonderer Moment, ne? Ja, es war unglaublich. Also ich hätte niemals gedacht, dass das so schnell mit mir geht, dass ich überhaupt schon am Anfang der Saison so viele Einsätze bekomme. Und dass ich dann direkt am Anfang des Spiels vor heimischer Kulisse da das 1-0 mache, es war unglaublich. Und wenn ich immer noch daran denke, bekomme ich immer wieder Gänsehaut. Das war so ein schönes Erlebnis. Das werde ich auf jeden Fall nie vergessen. Jetzt seid ihr beide ja neu im Profikader. Maxi, du kommst aus Bayern, du kommst von Wackerburghausen. Ja, Nick, du bist hier sämtliche Jugendmannschaften beim 1. FC Köln durchlaufen, ne? Trotzdem jetzt neu in der Profimannschaft. Wie sieht so ein Tagesablauf bei euch aus? Jetzt als Profi oder damals? Als Profi. Ja, also wir haben immer den geregelten Trainingsplan, der sich natürlich variieren kann, je nachdem wann wir spielen. Und momentan haben wir halt meistens einmal am Tag Training, einmal in der Woche dann auch zweimal, wo dann die Belastung etwas höher gefahren wird. Und ja, außerhalb des Platzes mache ich viel mit meinen Freunden auch noch vom Jugendbereich her, die jetzt bei den Amateuren sind. Mit denen mache ich noch viel privat. Und ich merke halt auch jetzt schon, dass man als Profi schon viel Freizeit hat, sage ich mal. Und von daher strebe ich auf jeden Fall auch ein Fernstudium an. Du hast dieses Jahr Abitur gemacht? Genau, genau. Deswegen wollte ich erstmal ein halbes Jahr Pause machen, aber ich denke, dass ich jetzt dann im Sommersemester schon anfangen werde, irgendwie BWL oder Sportmanagement in die Richtung zu studieren. Und das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was macht ihr sonst noch, wenn ihr nicht Fußball spielt? Maxi, wie sieht das bei dir aus? Ja, bei mir ist das natürlich eine neue Situation, seit ich jetzt hier bin. Ich habe davor ja schon drei Jahre in Burghausen im Profi Fußball gespielt, dritte Liga. War natürlich noch alles anders mit meinen Freunden, die ich aus der Schulzeit noch kenne. Die sind jetzt natürlich alle nicht mehr hier. Von daher mache ich hier jetzt viel mit meinen Mannschaftskollegen und muss mich hier auch erst zurechtfinden. Aber Köln ist eine schöne Stadt und es macht mir super Spaß, hier zu sein. Und ja, natürlich haben wir unser Training, wo wir immer Vollgas geben. Und dann, wenn wir viel Freizeit haben, habe ich jetzt auch zum Wintersemester ein Fernstudium begonnen. Also ich bin jetzt ganz normal BWL und das will ich einfach nebenbei machen. Soll ein kleiner Ausgleich sein, auch einfach ein bisschen Entspannung und sich da nicht zu viel... Das soll ganz klar im Hintergrund stehen natürlich. Und der Fokus gilt natürlich dem Fußball. Aber wenn man viel Freizeit hat, will man natürlich gerne auch mal was machen. Es ist ja schon so, ihr seid 19 und 20 Jahre alt. Also wie sieht es aus? So Party, Mädchen, da sind ja bestimmt noch ein paar andere Sachen, die da wichtig sind, oder? Ja, also momentan, wenn wir so oft spielen und jedes Wochenende dann auch manchmal um drei Uhr nachts ist von den Auswärtsspielen nach Hause kommen, ist halt keine Zeit zum Feiern. Aber irgendwie habe ich auch gar nicht das Bedürfnis, jede Woche feiern zu gehen. Weil das habe ich auch vorher immer gesagt, wenn die Leute gesagt haben, dass ich zum Beispiel nie eine Kindheit oder eine gute Kindheit hatte, weil ich so oft auf dem Trainingsplatz war. Für mich war aber die Zeit auf dem Trainingsplatz halt die Freizeit, die andere dann irgendwie anders genutzt haben. Und von daher bereue ich auf jeden Fall nicht das Leben, was ich jetzt habe, wie ich es auch so mache. Bei mir ist es auch so. Also ich denke mal, wir sind viel unterwegs und vor allem jetzt in den Spielen unter der Saison ist es natürlich klar, dass das Feiern hinten dran steht. Und man muss einfach wissen, wann man fortgehen kann. Ich glaube, es ist nicht verboten, aber es ist ganz klar, dass der Erfolg vom Team im Vordergrund steht. Und wenn es angebracht ist, kann man natürlich schon mal ein bisschen ausgehen. Also Prioritäten sind da woanders. Man konnte auch diesmal wieder Fragen stellen an euch vor dieser Sendung über Facebook, über Twitter und so weiter. Da hat FC-Fan Moses Psychone eine Frage getwittert, die sehr schön ist jetzt in Sachen Gemeinsamkeiten. Nämlich, welche Eigenschaft Stärke des jeweils anderen hättet ihr gerne? Also wenn wir da schon eben von seinem Tor geredet haben, denke ich auf jeden Fall, dass er in seiner Schussstärke da auf jeden Fall Vorteil hat mir gegenüber. Und da wünsche ich mir schon so einen linken Hammer, wie er den hat. Der linke Hammer. Und du, Maxi? Was würdest du dir von Yannick wünschen? Ich würde mir wünschen, dass ich einfach so eine extreme Ruhe am Ball habe. Einfach sobald der Ball kommt, hat er eine enorme Ausstrahlung, kann exzellent mit dem Ball umgehen. Und ja, diese Ballruhe, die fehlt mir ein bisschen. Und wenn ich die natürlich auch hätte, dann würde mir das natürlich viel mehr bringen noch. Dann frage ich da mal gleich weiter. Wo kommt diese Ruhe her? Also ich habe jetzt auch davon das erste Mal gehört. Keine Ahnung. Also ich spiele jetzt schon seit mehreren Jahren auf der 6 oder im zentralen Mittelfeld. Und von daher war es immer wichtig, dass man vorher schon weiß, was man mit dem Ball machen soll. Und dass man, auch wenn jetzt die Gegner einen angreifen mit hohem Druck, dass man da ruhig bleibt. Und von daher versuche ich mich immer erst auf die Ballannahme zu konzentrieren. Und wenn das gelingt, hat man immer noch genug Zeit, den Ball abzuspielen. Und von daher vielleicht ist da das Geheimrezept. Thema neue Medien. Als wir uns hier gerade schön hingesetzt haben, war dann auch erstmal hier Handy aus und so. Ihr auch beide hier mit Smartphone am Start und so. Ihr seid auch beide bei Facebook. Maxi, du hast, ich glaube, 5.500 Fans. Du hast irgendwie 2.000. Aber das ist nicht meine offizielle Seite. Okay. Aber ihr seid da schon. Also ihr seid auch bei Instagram, irgendwie twittert auch. Wie wichtig ist das für euch? Also ich kann da nur aus meiner Sicht jetzt sprechen. Für mich war es früher halt auch immer cool, wenn ich irgendwie Vorbilder hatte und die halt mich dann an ihrem Leben teilhaben lassen. Und ich denke, weil wir jetzt auch Profis sind beim 1. FC Köln, sind wir da auch irgendwie eine Vorbildfunktion für andere Jugendliche und auch Kinder. Und deswegen möchte ich denen auf jeden Fall dann auch was zurückgeben und denen dann an meinem Leben halt auch teilhaben lassen. Aber es ist schon so irgendwie ein Teil des Berufes dann. Ja, aber es macht mir auch Spaß jetzt irgendwie so lustige Bilder von mir hochzuladen. Das macht schon. Und machst du das auch selber? Ja, auf jeden Fall. Ich mache das komplett selber. Und du, Maxi? Ist bei mir eigentlich ähnlich. Also ich bin jetzt, seit ich hier bin in Köln, wo ja jeder weiß, dass Köln eine absolute Medienstadt ist. Und mit den Wahnsinns-Fans war mir einfach bewusst, dass ich jetzt vielleicht irgendwas machen kann. Und ich stehe zu den Medien und ich mag die Medien gerne. Und von daher hat es für mich dann nichts zu überlegen gegeben, dass ich mir da auch einen Twitter-Account dann zulege und auf Facebook eine Seite erstelle. Das macht mir Spaß und natürlich übertreibe ich es jetzt nicht. Und man muss natürlich schon schauen, was man postet. Aber ich denke mal, so wie das läuft, ist ganz okay. Dann hat Merle Kölking eine Frage gestellt, die jetzt sehr gut passt, dass wir euch noch ein bisschen besser kennenlernen können. Nämlich kurz und knapp, wie ist dann euer Lebenslauf? Also vielleicht einfach mal kurz, dass jeder von euch in so wenigen Sekunden so ein paar wichtige Stationen irgendwie nennt. Wer möchte anfangen? Ja, ich kann anfangen. Also ich habe mit drei Jahren Fußball begonnen. Also Fußballspielen begonnen beim SC Kreuzer 05. Du kommst aus Düren, ne? Ja, aus Kreuzau. Ich sage halt oft Düren, weil man Kreuzau nicht kennt. Und ja genau, das war meine erste Station. Bin dann im Sommer 2003 zum 1. FC Köln gewechselt. Das war damals in der E2-Jugend. Oder U10. Vor zehn Jahren. Genau, vor zehn Jahren. Und seitdem habe ich so jede Station durchlaufen, jede Jugendstation. Bin mit der U17 Deutscher Meister geworden und dann mit der U19 nochmal Pokalsieger. Und das sind auf jeden Fall so zwei Titel, die mir immer noch immer in Erinnerung bleiben, weil wir da wirklich einen super Jahrgang hatten und auch klasse Fußball gespielt haben. Und ich denke, diese beiden Erfolge haben mir dann auch Auftrieb gegeben jetzt hier in der ersten Profisaison. Und von daher, ja das war jetzt so. Die Fritz-Walter-Medaille noch in den Jahren. Ja genau, damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass ich vor zwei Jahren oder so war ich noch nicht mal Nationalspieler und hätte mir nie irgendwie im Traum gedacht, dass ich irgendwann mal diese Fritz-Walter-Medaille bekomme. Und dass ich die jetzt echt in Silber erhalten habe, macht mich richtig glücklich. Und ja, das war dann auch noch so ein persönlicher Erfolg, den ich dann in meiner Karriere bisher hatte. Aber ich hoffe, dass da noch einige Folgen werden. Und jetzt Profi beim 1. FC Köln. Maxi, du kurz mal? Ja, bei mir ist das ein bisschen anders natürlich. Ich habe mit fünf angefangen, in Burkirchen Fußball zu spielen. Das ist zehn Kilometer von Burkhausen entfernt, in südöstlichen Bayern. Du kommst ja aus Altötting, ne? Da bist du geboren. Altötting bin ich geboren, Burkhausen Fußball gespielt und Abitur gemacht dann und in Burkirchen aufgewachsen. Und ja, mich hat es dann relativ früh nach Burkhausen gezogen. Habe dann seit 2004 die komplette Jugend in Burkhausen absolviert und bin dann mit 16 Jahren im Profibereich schon reingewechselt quasi und durfte da schon mittrainieren. Und habe dann mit 17 mein erstes Spiel in der dritten Liga gemacht. Habe dann auch drei Jahre dritte Liga gespielt. Ist auch sehr gut gelaufen. Was ich nicht vergessen darf, U17 Bundesliga war für uns in Burkhausen ein Riesenerlebnis. Was dann auch dazu geholfen hat, dass ich den Sprung im Profibereich geschafft habe. Ja, und dann nach den drei Jahren dritte Liga hat es mir dann irgendwo gereicht und ich wollte auch mal was Neues. Und dann ist natürlich der 1. FC Köln gekommen und hat mir dieses Sprungbrett einfach gegeben. Und ja, jetzt bin ich hier und hoffe einfach, dass ich mich etablieren kann und in der erfolgreichen Mannschaft einfach Fuß fassen kann. Und ich habe drei Jahre Vertrag und ich hoffe, dass ich so lange wie möglich hier sein kann. Ich habe auch noch mehr Fanfragen mitgebracht. Max McKenna schreibt zum Beispiel, wer sitzt neben wem im Bus? Also bei mir ist es so, dass ich im Vierer hinten sitze, neben Pritsche, also Kasper, Pritsche, Bilko. Und gegenüber von mir sitzen dann Timo Horn und Jonas Hector. Und du? Es ist jetzt immer unterschiedlich, meistens neben Golubar oder neben Kevin Wimmer, je nachdem, wer sich den Platz schnappt. Da muss man auch dabei sein, dass wir junge Spieler eigentlich immer gucken müssen, was noch frei ist. Natürlich. Was noch übrig bleibt. Und sind froh über einen Sitzplatz. Und dass ihr nicht stehen müsst. Genau, genau. Janik, von dir habe ich noch eine schöne Geschichte. Du bist jetzt, hast du eben schon erzählt, schon seit zehn Jahren beim 1. FC Köln. Deine Mutter hat dich immer gefahren anfangs, mehrfach die Woche. Und dann gab es irgendwann vom 1. FC Köln Fahrservice. Und dann ist aber deine Schwester auch zum 1. FC Köln gekommen. Die ist 15, anderthalig. Und dann musst du deine Mutter wieder fahren. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Nein, auf keinen Fall. Ich habe halt das Glück, dass meine Eltern beide fußballbegeistert sind und uns da in der Hinsicht sehr unterstützt haben. Und ich kann immer wieder betonen, dass ich ohne meine Eltern, ohne deren Unterstützung niemals überhaupt jeden Tag zum Training gekommen wäre. Oder ich hätte niemals die Möglichkeit gehabt, mich hier zu entwickeln. Und von daher bin ich meinen Eltern auf jeden Fall dankbar, dass sie mich in jeder Hinsicht unterstützt haben. Und dass sie mir dann den Weg in den Profibereich auch ermöglicht haben. Und ganz im Speziellen die Mama, die immer gefahren ist. Und da hoffe ich, dass ich ihr dann irgendwann auch durch Tore oder keine Ahnung, wenn sie heutzutage ins Stadion geht und mich sieht, hoffe ich, dass ich sie dann dadurch stolz machen kann. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da kommt auf jeden Fall schon was zurück. Maxi, wie ist das bei dir? Hast du auch so eine fußballverrückte Familie? Ja, also meine Eltern sind auch ziemlich nah bei mir und pushen mich in jeder Situation. Vor allem, wo ich noch in Burghausen war, waren sie immer im Stadion. Und jetzt ist es natürlich durch die Distanz ein bisschen schwieriger geworden. Aber ja, ich habe täglich einen Austausch mit meinen Eltern und es ist ganz normal. Und mein Papa war selber Fußballer und gibt mir natürlich immer Tipps und ist mein schärfster Kritiker. Und von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden, so wie es ist. Und ich will es auch gar nicht ändern. Von daher ist das alles okay. Hast du noch Geschwister? Ja, ich habe einen kleinen Bruder und einen großen. Die spielen aber beide nicht Fußball. Der eine geht noch zur Schule und der andere studiert. Dann haben die ja genügend Zeit, dich auch anzufeuern. So ist es. Ingo Ohr fragt, mit welchem Star würdet ihr gerne mal zusammen spielen? Ja, also man kann ja schon anhand meiner Rückennummer erkennen, dass ich schon Bastian Schweinschläger auf meiner Position als Vorbild sehe. Und wenn ich dann irgendwann mal vielleicht mit ihm in einer Mannschaft auflaufen könnte, das wäre schon ein Traum. Aber unabhängig davon, ich bin froh, dass ich überhaupt jetzt schon beim 1. FC Köln auflaufen darf. Und da träume ich jetzt erstmal nicht so viel von Bastian Schweinschläger. 31 hast du. Ja, genau. Ja, für mich ist ein großartiger Fußballer Steven Girard vom FC Liverpool. War in meiner Kindheit immer ein großes Vorbild von mir. Ich habe den einfach gemocht, seine Art, seine Ausstrahlung, sein Leben für den Verein. Und das ist für mich eine riesen Vorbildfunktion und mich würde es unheimlich freuen, wenn ich ihn mal treffen will. Vielleicht sieht das oder hört das ja. Clemens Bergen fragt, wie kommt ihr mit dem Druck klar, dass jeder Fan euch aufsteigen sehen will? Also ich spiele ja jetzt schon etwas länger im Verein und ich habe das natürlich all die Jahre auch immer mitbekommen, wie die Spieler richtig unter dem Druck auch gelitten haben. Aber ich kann jetzt für mich nur so sprechen, dass ich auf dem Platz jetzt irgendwie gar keinen Druck spüre. Natürlich haben wir auch als Mannschaft das Ziel aufzusteigen und jedes Spiel zu gewinnen, aber wir bekommen so viel Rückendeckung hier vom Verein, dass es erlaubt ist, Fehler zu machen. Und von daher spüre ich da momentan nicht so einen großen Druck. Kannst du das so unterschreiben? Ja, absolut. Also ich glaube, man sieht auch zurzeit, wie es in der Mannschaft läuft. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich spiele ja zurzeit nicht so viel, aber ich fühle mich trotzdem extrem wohl. Und ich glaube, auch die Spieler, die nicht so spielen, sind voll integriert und geben so dem gesamten Kader einfach ein Riesengefühl. Und das, glaube ich, ist extrem wichtig, wenn es in der Mannschaft laufen soll. Und ich hoffe, dass es einfach so weitergeht. Und was glaubt ihr? Steigen wir auf? Auf jeden Fall. Das war eindeutig. Dennis Lobitz fragt, was macht euch zum Kölner? Fangen wir nochmal mit dem Bayern an. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ja, ich würde sagen, mich macht zum Kölner meine Offenheit. Ich bin natürlich hier komplett neu, aber ich habe mich, glaube ich, sofort integriert. Ich kenne die Kölner jetzt schon ein bisschen und muss sagen, sie haben mich auch sofort extrem gut aufgenommen. Ich fühle mich hier extrem wohl und die Stadt ist super. Ja, ich kann mich auch gut mit den Leuten identifizieren. Und von daher bin ich gerne für ein Gespräch offen. Und ja, das ist okay so. Also dadurch, dass ich schon zehn Jahre jetzt beim FC spiele, denke ich, dass das schon als Argument reicht, Kölner zu sein. Aber darüber hinaus habe ich viele neue Freunde gefunden, die hier in Köln wohnen. Und ich mache fast jeden Tag was hier in der Stadt in Köln. Ich kenne alle Plätze. Gut, jetzt bist du ja auch aus Kreuzau, das ist ja schon der Dunstkreis. Genau, da denke ich schon, dass man mir abkaufen kann, dass ich Kölner bin. Mira B. fragt, welchen Verein sympathisiert ihr beide neben dem FC? Und welchen Verein könnt ihr ganz besonders gar nicht leiden? Ihr dürft einfach. Also für mich als Bayer ist es natürlich so, für uns gibt es FC Bayern München. Ist einfach in Bayern ein riesen Verein und ist ja glaube ich auch deutschlandweit sehr sympathisiert. Ich mag die Bayern an sich, habe mich auch immer gut mit denen identifiziert. War auch öfter mal im Stadion, aber war jetzt nie extremer Fan oder so. Und ja, Verein, den ich jetzt gar nicht haben kann, Energie Cottbus ist für mich ein Verein. Wenn ich ihn nicht so gerne mag, muss ich ehrlich gestehen. Das lassen wir einfach mal so stehen. Und du, Yannick? Ja, also da kann ich nur international von sprechen, dass Real Madrid mit den damaligen Spielern, Zidane, Ronaldo, Luis Figue und wie sie alle heißen, mich schon sehr beeindruckt hat. Und von daher wäre Real Madrid so ein Klub, für den ich so im Ausland bin, sag ich mal. Und ja, ein Verein, den ich gar nicht mag. Natürlich gab es früher in der Jugend schon die Dörbis gegen Gladbach und Düsseldorf und Leverkusen. Und von daher ist man da jetzt nicht so positiv gegenüber eingestellt. Das gehört dann auch einfach dazu. Genau. So, dann letzte Frage von Tom Heuer. Wie findet ihr die Stimmung allgemein von den Fans? Also sowohl bei den Heimspielen als auch bei den Auswärtsspielen? Das ist unglaublich. Erstmal zu den Heimspielen, wenn wir gegen Düsseldorf vor 50.000 spielen, gegen Kaiserslautern vor 50.000 spielen oder dann auch gegen Aue vor ausverkauften Hausspielen. Das ist unfassbar. Und wie die Fans uns da das ganze Spiel anpushen, das ist unglaublich. Und das ist dann die eine Sache. Aber wenn wir dann Auswärtsspiele in Aalen haben oder in Cottbus, wo die Fans dann, oder auch in Mainz, wo die Fans in der Woche so eine weite Strecke auf sich nehmen und uns das ganze Spiel wirklich pushen, das ist richtig geil. Und ich bin auch froh, dass wir ihnen dann mit den Siegen momentan etwas zurückgeben können. Und ich hoffe, dass das dann weiterhin so erfolgreich bleibt. Ich glaube, da muss ich nichts dazu sagen. Kann man so unterschreiben. Die Fans sind hier überragend. Für mich ist das komplett neu hier und ich liebe das. Mir macht das Spaß schon allein dieser Saueröffnung von 25.000. Die Spiele immer ausverkauft, der Gästeblock ist immer voll. Das ist Wahnsinn. Und ich hoffe, dass es einfach so bleibt und dass es so weitergeht und dass wir zusammen marschieren. Ihr müsst jetzt hier und heute ohne Fanunterstützung auskommen. Wir werden jetzt gleich Lattenschießen machen. Wir haben überlegt, sieben Meter schießen, aber wir haben uns für Lattenschießen entschieden. Seid ihr dabei? Auf jeden Fall. Was glaubt ihr, wer gewinnt? Ich glaube, ich gewinne. Ja, ich denke schon, dass das eher mein Gebiet ist. Werden wir ja gleich sehen. So, liebe FC-Fans. Ihr könnt jetzt tippen, wer von den beiden gewinnt. Maxi Thiel oder Yannick Gerhardt. Und dann schreibt ihr das in die Kommentarfunktion. Euren Tipp, wer gewinnt und es gibt Karten zu gewinnen. Karten für das Heimspiel, für das Spitzenspiel gegen Union Berlin am 4. November. Die Auflösung gibt's im nächsten Video. Auflösung. 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 Auflösung.